wollten sie etwas sagen ja ich möchte gerne ein bisschen doch nicht machen soll ich muss rüber zu walter hätte ich jetzt nicht machen soll ich hätte ihm die crafting sachen lassen soll weiß was sie gebe ich noch gleich wieder wenn die ähnlich alles nehmen können so dann mal das wieder zurück die kannst du auch erst mal haben wir gehen jetzt dann bald so weiter das hier die 3 die 2 die so ja ich habe immer noch elikristalle ja ist richtig ja guter kerb und das ist es ist schrecklich es hört nie auch so gut gibt mal jetzt her was wohl wieder für musik ist gerade interessiert mich wirklich ich werde sie mal wieder einblenden ich weiß dass ich mich darüber ärgere weil das kostet jedes mal zeit da noch wieder irgendwas einzublenden schmutziges wasser schrottpatronen ja geht her ja ok ja geht auch gerade noch so nein das nicht da geht mal gar nichts hier groß nachdem warte mal aber das geht noch das geht noch das geht nicht mehr ja komm wieviel okken haben wir am start das will ich jetzt wissen 107.000 107.000 nicht schlecht gute sache degerowski geh aus dem weg so auf geht's zum gobi poppy das ist saloon immer noch nicht gobs saloon heißt oder immer noch moriathis das ist eine ungerechtigkeit in dieser welt un fucking glaublich guck mal hier hängt auch schon wieder so ein schild so ein zettel hier ne soll uns wahrscheinlich dazu drängen unbedingt die sekte auszurotten nicht schießen ich kann mir nichts anderes vorstellen will sie doch gerne ja ja schnappstrossen ich werde mal die elektrische nein ja eigentlich ja immer das ne mal das ne mal das ne mal das ne mal das dass das ne mal das und dann auch noch ja und das das dann hat er noch vier und noch drei davon oder vier und dann dürfte er eigentlich ausgelastet sein ja genau schnappstrossen bis bald schnappstrossen bis bald schnappstrossen das ist nicht umsonst abgesperrt ich hau dir gleich mein rösti ins gesicht so kann er auch nicht schlimmer aussehen hinterher was wollten sie sagen noch mal ausrüstung tauschen aber gerne doch gibt mir mal das altmetall jetzt doch so das ja ja ich bin überlastet fuck ich nehme mal den elektrischen leiter das hilft leider mal überhaupt nichts naja die rüstung ist zu heftig die ist zu mächtig gib mir mal das wanderradio outfit ähm ja ne warum will ich eigentlich die höhlenfeuerrüstung und so weiter haben und den hochleistungsofen das kommt doch eh alles ins haus so ich guck nochmal ja beenden und so zu frau stahl nochmal runter auf türkisch frau celig ähm ja haben wir den türkische zuschauer hier äh ich interessiere mich dafür tatsächlich so einen trink was darf es denn sein einen trink willst du mir geben ja dann zeig doch mal stimmbachs geil die sind alle hier resettet also wir haben tatsächlich wieder überall verkaufsmögliche das sollte man vielleicht schuldigung aber das sollte man vielleicht nutzen ähm geht das ja obwohl das möchte ich eigentlich behalten das kommt ins schrank ähm als sammelobjekt eine große whiskyflasche ein hammer und ein holzhammer und die jagdflinte und ein jet und kaffeetassen bis zum geht nicht mehr hier nimm alles für dich alles für dich ziel dich mal damit an eine plasma wie eine power paust und gleich ist sie schon wieder nein das geht nicht ähm weißt du was frau stahl obwohl gib mal die jagdflinte wieder her ich hab hier sicherlich noch billigeres zeug am start äh die tesla sachen die will ich eigentlich auch wieder nach oben bringen ne äh gib mal ne hammer wieder her äh gib mal das negligee wieder her hab ich denn noch irgendwas für einen ocken nein hab ich nicht jetzt reicht es aber viel spaß äh ich sollte vielleicht mal das rösti weglegen ich bin immer kurz davor mal doppelt zu klicken ähm ja nochmal zum grummeligen dog wenn uns der hobi vorbeilässt hoffentlich haben sie äh jetzt lass das doch mal mit diesem kleben so 20 stimmpacks sollte uns ich muss gleich noch nach oben zum walter erinnert mich dran walter besuchen hammer jagdflinte negligee warum lache ich weil ich mir gerade vorstelle dass der typ das trägt äh der tesla tesla guck mal wir müssen ihn doch tatsächlich mit orcken zurücklassen und wir müssen ihm sogar noch was zahlen alter das darf nicht wahr sein was werde ich ihm denn mal werde ich ihm vielleicht dann doch mal was teures verkaufen wenn bloß nicht mein plasmagewehr weißt du was komm ähm ja ich mag die tesla röstung zwar sehr sehr gerne röstungen sind sie fertig gut nicht weg die tesla röstung aus dem hochland von polumbia ja was ist los äh alles was nicht angebunden ist hallo hallo alle quatschen mich wieder voll hier vielleicht sollte ich hier mal die kill em all machen ne und alle abschlachten außer gobby die diese flugblätter walter was darf's denn sein äh das frage ich mich ähm ja in ordnung lassen sie mich ja 30 kronen korken geile so ähm dann rüber ins haus ich überlege gerade wo ich schon mal so ziemlich weiß dass alle wieder okken mäßig resettet sind ob ich davon mal advantage take und mal ein bisschen was aus den truen hole äh erlaubt ihm wie das alter wir kriegen jetzt jedes mal ein flugblatt an die tür solange wie wir nicht gehen wir etwas sagen so jetzt hätte ich gerne doch take all knopf dafür krachten wir es nicht so damit wäre der ruby wieder leer und ja was glaubt ihr wie viel folgen es werden warte mal so jetzt fehlen uns noch zwei packel wuppen ähm die eine glaube ich zu wissen wo sie ist und die andere werden wir sehen obwohl war nicht auch noch eine todeskreis so mit der zeit macht man sich also seine gedanken wo war eigentlich was und ab und zu schlägt dann auch mal die erinnerung zu ganz ab und zu leider viel zu selten sonst müsste man nicht ewig irgendwie befürchten dass man die packel wuppen einfach nicht mehr kriegt also ich weiß ja nicht wie viele lokationen hier im ödland unbekannter art wir heute noch auseinandernehmen oder auseinandernehmen erkunden meine ich natürlich ich habe noch irgendwas auf tasche was nicht rein soll weil ich habe viel zu viel gewicht auf tasche mal da das war aber immer noch nicht genug gewichtlos geworden jetzt ist es gut ok ja also ich werde es mir einfach mal erlauben dass wir jetzt mal eine handelsrunde machen weil wir müssen auch mal die sachen irgendwie aus den truhen rauskriegen müssen wir zwar nicht aber ich möchte es einfach mr abanati 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 einmal zu dusches gambit ach wisst ihr noch der jude der jude friedi hier ich bin irgendwie untröstlich dass es ihn nicht mehr gibt ich nehme auch mal die erinnerungsstücke mit jetzt habe ich alles genommen wollten sie etwas sagen mal sehen wie viel gewicht ich dadurch aber gerne doch das ist viel zu viel ich gebe ihm mal die crafting geschichten und alles was ins haus soll wie zum beispiel auch sammelquesten äh forks kann das nicht tragen naja schade naja es sind viel zu viele kernspaltungsbatterien ja alter viel crafting material ich glaube wir müssen gleich mal doch craften es tut mir leid nimm die hand von der a taste löschschlauch spritzdüsen wusste ich gar nicht einfach als reinfleisch menschenfleisch okay 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 ach der mikrowellensender den haben wir ja auch noch so eine luka-cola-quantum schon wieder 7 op-schläuchen wir müssen kraften okay okay es wird schon freunde also ist ja immer noch besser wir kriegen das jetzt endlich mal hin die ganze schaufeln hier guck mal ich muss gleich mal sehen ob ich irgendwas von dem kram reparieren kann mhm stammeskleidungen ach 3700 stimmpachs schon aber wir müssen unbedingt craften unterhosen repetiergewehr ach alte zeiten die eier des teufels ah wurm des südkehr äh und sind flammen ja ja und damit habe ich immer noch genügend gewicht auf tasche um nicht weiter zu kommen und ich ja ist in ordnung ich werde mal versuchen noch ein bisschen was zu reparieren vielleicht funktioniert es ja schaufeln zum beispiel guck mal sturmgewehre ja unterhosen repetiergewehre das bringt uns aber alles nicht weiter guck mal okay wir müssen doch noch wieder was zurückbringen es würde mir aber gefallen heute die Truhe leer zu kriegen äh wo waren eben hier 58 kernspaltungsbatterien guck mal da sind wir schon mal um einiges leichter ich will lass mal den junk loswerden mhm 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 uff ähm 10 Schraubenschlüssel 27 schmutziges Wasser Degarowski Alter, was wiegt hier so viel? Okay Ah, noch 15 Wolde, Blechdosen und dann Haben wir es auch? Äh, nein, nicht alles, nein, bitte So, äh, Fox könnte es Zum Glück kann man sich hier vom Schiff weg teleportieren Ähm, ähm Ne, Megaton jetzt nochmal zum Doktor hat Obwohl, warte mal kurz Entschuldigung Ja, Craft müssen wir dann ja später auch noch Äh, es ist gerade Abend Oh ja, was darf es denn sein? Äh, nichts Hallo Ja, moin Äh, äh Äh Forks Sie sind doch alleine hierher Alter, da hustet der mich wieder mit seinem Gerüte Ähm, er hat nämlich noch ein bisschen Kohle Und, äh, diese Kohle will ich ihm natürlich abnehmen Möglicherweise Danke Für ein paar leere Brauseflaschen Ein paar leere Whiskyflaschen Ein bisschen Parfalsrettenfleisch Und Medics natürlich Ich hab schon gedacht Dass ihn das schon überfordert Hier im bestimmten Menschenfleisch Ähm, nein, 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 nein Ich schenke ihm nichts Weil der immer so unfreundlich ist, der Vogel Kriegt er nichts geschenkt Nein Äh, ja So, noch sieben Ein Opthalmuskop Ähm Hier ist noch eine Pinzette Weißt du was? Doch, dann geht das mal aufs Haus Ich weiß nicht Ich glaub, das hat gerade gepasst Gut Nicht so fertig wie du Ach, was wird mir das fehlen, wenn wir aus dem Spiel raus sind? Äh, immer wieder die alten Obwohl es wird neue Gags in New Vegas geben Ja Und es gibt nach diesem Let's Play hier Wenn es zu Ende ist Denn eines Tages mal Vielleicht im nächsten Jahr Heute haben wir den 4. November 2022 Für die Geschichtsbücher Äh Wolfgang hat sicherlich kein Geld Suchen Sie nach etwas Besonderem? Äh Egal Äh Ne Wir haben nur die hochwertesten Überbleibsel aus Schrott und Müll Tatsächlich, der kriegt noch Der kriegt noch Kohle wieder Äh Dings Äh Bums Äh Nur ein Stimmpack Was ist mit dem los? Mit dem Vogel Ähm Ja komm, wir können ihm das teure Sturmgewehr hier verscheuern Und dann hat er immer noch ein bisschen Geld Okay Okay Hier nimm mal die Mentats, Digga Könnt ihr nur helfen Ähm Äh Er hat mal die Hälfte Ich bin jetzt nicht gut im Kopf rechnen Ja, das geht auch noch Äh Äh, das geht auch noch Und dann hat er noch drei Komm Kriegt er vier Pfeile in den Arsch und dann war's das So, wie viel ist schon wieder aufgenommen? Digga, schon wieder zwei Folgen Äh Zwei Folgen jetzt der Handel Ist das so? Ein weiterer zufriedener Kunde Ich bin sehr zufrieden mit dir Ruhe So, wir gehen erstmal ins Gesichtsmuseum Freundlich Der Freundlich Einen Grogner können wir noch gebrauchen So, wir gehen erstmal ins Gesichtsmuseum